moin moin meine lieben maultaschen und willkommen zurück auf meinem kanal mir wurde heute in den kommentaren zugeteilt dass die musik in meinem neuen spiel gestern etwas zu laut war und dann hat man mich natürlich dadurch auch kaum verstanden deshalb nehme ich dann auch mal ein dass meine frage wo ich dort gestellt hatte auch überhört wurde deshalb mache ich es aber noch so noch ein video dazu weil ich habe dazu folgendes gefragt die frage war ob ich für dieses spiel einfach nur ab und zu mal ein video machen soll also also einfach mal random so dass ich das dann dann zwei oder dreimal die woche einfach mal ein video dazu machen ist damit mit euch zusammen zocke oder wollte ich das so haben dass ich daraus folgen mache dass ich dann einfach sage ja ok folge 1 anfang des dorfes oder so oder ja das ist auf jeden fall cool wenn ihr mir die antwort in den kommentaren reinschreiben könnt und ja also es wäre einfach möglichkeit einfach wenn den videos wie dann zwei oder drei drei mal die woche an irgendein bestimmten tag einfach wenn den video raushaue wo ich das einfach mit euch zusammen zocke oder möglichkeit b dass ich daraus folgen mache und einfach folge 1 2 3 und die folge natürlich auch benenne wie wollt es denn haben wie gesagt schreibt mir die antworten in den kommentaren und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen restlichen schönen abend so